Mit der Startnummer 952 aus Bülertan, Levin Schulz. Mit dabei aus Herzogenaurach, die 707, Mathis Bode. Mit dabei aus Teilheim, die 582, Gregorio Friesso. Mit dabei die Startnummer 5 aus Betzingen, Louis Beckert. Mit dabei aus Korbwestheim, die 446, Lenni Wolken. Mit dabei aus Weinstadt, die 1426, Laubitz Rehberger. Und last but not least für die TG Neuroyd, geht mit ins Rennen die 246, Toni Baumgartner. Und euer Mann, der kommt aus Esselbach, die 165, Emilio Bülmerger. So, ab geht's. Bei den Wolfgienen und da Levin Schulz aus Bülertan auf Vorsitzende 1. Martin Blöde auf der 2, Gregorio auf die 3. Schauen wir, wer hier noch den Rhein hat vorneweg. Aber das ist die Neu52. Das ist der Frau aus Bülertan. Platz 0-4 für die 1526. Genau wie in Drehberger. Schauen wir, dann gab es 5-Fürserschein. In den Sturz. Und der Sturz. Aber nicht gleich bei dem Mann aus Bülertan. Die Neu52. Das ist ein Schuss. Platz 0-2. Die Nachhaltung auch noch. Und Platz 0-3. mit Breiheim mit Gregorio Friso!